Textbuch, Kapitel 13, Die schuldlose Welt, Nummer 6, Die Gegenwart finden, Teil 1, Seite 250 bis 252. Wahrheitsgemäß wahrnehmen heißt, der ganzen Wirklichkeit gewahr zu sein, durch das Gewahrsein Deiner eigenen Wirklichkeit. Aber hierfür dürfen keine Illusionen Deinen Blick verstellen, denn die Wirklichkeit lässt keinen Raum für irgendeinen Irrtum. Das heißt, dass du einen Bruder nur so wahrnimmst, wie du ihn jetzt siehst. Seine Vergangenheit hat in der Gegenwart keine Wirklichkeit und deshalb kannst du sie nicht sehen. Deine vergangenen Reaktionen ihm gegenüber sind ebenfalls nicht da. Und reagierst du auf sie, dann siehst du nur ein Bild von ihm, das du gemacht hast und das dir an seiner Stelle lieb und teuer ist. Frage dich bei deinem Infragestellen von Illusionen, ob es wirklich vernünftig ist, das, was vergangen ist, als gegenwärtig wahrzunehmen. Wenn du dich an die Vergangenheit erinnerst, während du auf deinen Bruder schaust, wirst du unfähig sein, die Wirklichkeit, die jetzt ist, wahrzunehmen. Du siehst es als natürlich an, deine vergangene Erfahrung als Bezugspunkt zu benutzen, von dem aus du die Gegenwart beurteilst. Doch das ist unnatürlich, weil es wahnhaft ist. Wenn du gelernt hast, jeden anzusehen, ohne dich überhaupt auf die Vergangenheit zu beziehen, egal ob seine oder deine, wie du sie wahrgenommen hast, dann wirst du fähig sein, von dem zu lernen, was du jetzt siehst. Denn die Vergangenheit kann keinen Schatten werfen, um die Gegenwart zu verdunkeln. Es sei denn, du hast Angst vor Licht. Und nur, wenn dem so ist, würdest du dich dazu entscheiden, die Dunkelheit mitzubringen und sie dadurch, dass du sie in deinem Geiste festhältst, als dunkle Wolke zu sehen, die deine Brüder verhüllt und ihre Wirklichkeit vor deiner Sicht verbirgt. Diese Dunkelheit ist in dir. Der Christus, wie er sich dir jetzt offenbart, hat keine Vergangenheit. Denn er ist unwandelbar und in seiner Unwandelbarkeit liegt deine Befreiung. Denn wenn er ist, wie er erschaffen wurde, ist keine Schuld in ihm. Keine Wolke der Schuld ist heraufgezogen, um ihn zu verschleiern. Und er offenbart sich in jedem, dem du begegnest, weil du ihn durch ihn selber siehst. Von neuem Geboren werden heißt die Vergangenheit loslassen und die Gegenwart ohne Verurteilung betrachten. Die Wolke, welche Gottes Sohn vor dir verschleiert, ist die Vergangenheit. Und wenn du möchtest, dass sie vorüber und vergangen sei, darfst du sie jetzt nicht sehen. Wenn du sie jetzt in deinen Illusionen siehst, ist sie nicht von dir gewichen, obwohl es sie nicht gibt. Die Zeit kann sowohl befreien als auch gefangen nehmen, je nachdem, wessen Deutung von ihr du anwendest. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nicht kontinuierlich, wenn du ihnen keine Kontinuität aufzwingst. Du kannst sie als kontinuierlich wahrnehmen und sie für dich dazu machen. Aber täusche dich nicht und glaube dann, dem sei so. Denn glauben, dass die Wirklichkeit so ist, wie du sie haben möchtest, entsprechen der Verwendung, die du für sie hast, ist wahnhaft. Du möchtest die Kontinuität der Zeit zerstören, indem du sie für deine eigenen Zwecke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufteilst. Du möchtest die Zukunft auf der Basis deiner vergangenen Erfahrung vorhersehen und entsprechend für sie planen. doch dadurch verknüpfst du Vergangenheit und Zukunft miteinander und lässt nicht zu, dass das Wunder, das zwischen sie treten könnte, dich befreit, damit du von Neuem geboren wirst. das Wunder versetzt dich in die Lage, deinen Bruder ohne seine Vergangenheit zu sehen und ihn dadurch als von Neuem geboren wahrzunehmen. Seine Fehler sind sämtlich vergangen und indem du ihn ohne sie wahrnimmst, befreist du ihn. Und da seine Vergangenheit die deine ist, hast du an dieser Befreiung teil. Lass keine dunkle Wolke aus deiner Vergangenheit ihn vor dir verschleiern, denn die Wahrheit liegt nur in der Gegenwart und du wirst sie finden, wenn du sie dort suchst. Du hast sie dort gesucht, wo sie nicht ist und hast sie deshalb nicht gefunden. Lerne also, sie dort zu suchen, wo sie ist und sie wird Augen dämmern, die sehen. Deine Vergangenheit wurde im Ärger gemacht und wenn du sie verwendest, um die Gegenwart anzugreifen, wirst du die Freiheit nicht sehen, die die Gegenwart in sich birgt. Richten und Verurteilen liegen hinter dir und wenn du sie nicht mitbringst, wirst du sehen, dass du frei von ihnen bist. Schau liebevoll auf die Gegenwart, denn sie birgt die einzigen Dinge, die für immer wahr sind. Alle Heilung liegt in ihr, denn ihre Kontinuität ist wirklich. sie dehnt sich gleichzeitig zu allen Aspekten der Sohnschaft aus und ermöglicht ihnen so, einander zu erreichen. Die Gegenwart ist, bevor die Zeit war und sie wird sein, wenn die Zeit nicht mehr ist. in ihr sind alle Dinge, die ewig sind und sie sind eins. Ihre Kontinuität ist zeitlos und ihre Kommunikation ununterbrochen, denn sie sind nicht durch die Vergangenheit getrennt. nur die Vergangenheit kann trennen und sie ist nirgends. und sie sind nicht irgendwann und sie sich auch schreuen. slow ich und sie , Vielen Dank.